Oh nein! Leute, oh nein! Oh mein Gott, die Steckdose! Peace out, du warst gelappt, ich bin Kevin, ich bin's Marvin und heute gibt's mir wieder ein Versus und zwar scharfes Essen versus extrem scharfes Essen. Oh yes, also beide werden bisschen bestraft, aber einer kriegt noch mal extrem scharfes Essen und wir haben sehr scharfe Sachen am Start. Das wird eine harte Folge. Jetzt schon mal Daumen hoch für mehr Versus Challenges und ihr wisst, wie es geht, wir haben hier die Speiseglocken, wir drehen die und zufällig bekommt dann einer entweder das scharfe oder das extrem scharfe und muss das dann essen. So sieht's aus. Und ja, bist du bereit für die erste Runde? Ich bin bereit, man. Ich schau an. 3, 2, 1, go! Okay, bist du ready? Schnick, schnack, schluck, zack. Schicksal liegt mit deiner Hand. Ich bleib bei meiner. Okay. Und 3, 2, 1, yeah! Oh mein Gott, Leute, wir haben hier Rahmennudeln und zwar, ihr kennt die, die sind extrem scharf und die roten sind am aller, aller schärfsten. Genau, die sind doppelt so scharf, also die roten sind doppelt so scharf wie diese hier. Steht auch zweimal spicy, yes. Hier haben wir unsere Nudeln und wir machen die Soße drüber. Bei dir steht auch nochmal drauf mal zwei und bei mir ganz normal. Zweimal spicy, yes. Und bei mir, ganz normal. Oh Mann, ey. Das kippt mir alles? Ey, das Ding ist, das ist zu heftig. Aber dann einen Biss. Wir müssen ja, ja, aber der ganze Ende ist zu brutal. Jetzt auf die... Ja, lass es gleichzeitig reintun. Auf die Nudelkontratmeter verteilt das zu brutal? Lass es reintun. Du müsstest schon drei Packungen Nudeln damit alles. Darum geht's so, das ist extrem. Okay, okay. Heftig wird sowieso. Warte. Oh, nicht auf meine Finger. Okay, 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 wie viel? Mach rein. Ja. Ja. Boah, das war schon heftig. Hier, dieser Klecks. Auf eine Packung ist schon krass. Ja. Ungefähr gleich, ne? Okay, ich hole eine Gabel und dann verrühren wir das und dann essen wir. Auffassend, dass ich in die Augen komme. Ja. Du sagst doch so, lass alles machen. Du bist verrückt hier. Gleich, wenn du den Biss nimmst, dann werde ich dich sehen, Alter. Auch wenn meins heftiger ist. Alter, du hast doppelt, aber du hast eh doppelt so scharf wie ich, Alter. Ich kann überhaupt nicht scharf essen. Ich bin auch kein Scharfesser. Du hattest eine kritische Nummer hier, aber... Misch mal lieber schön. Boah, ich hab die lang nicht mehr gegessen, Alter. Okay. So, yeah. Ready? Und go, Mann. Nein. Mmh. Mmh. Lecker. Keine Gabel... Oh mein Gott. Huh. Keine Gabel noch? Willst du mich verarschen, Alter? Digga, ich komm... Ich muss das gerade verarbeiten und du sagst noch eine Gabel, Digga. Willst du mich komplett vereibern? Boah, immer wenn das so extrem schlaff, ich kriege mal Schluck auf, ey. Ja. Huh. Huh. Ordentlich. Großen Glas Milch. Safe, Digga. Hat nämlich aber nichts mit Genuss zu tun, ne? Ja, aber die sind so lecker, aber zu scharf schon. Ja, am Anfang war es doch lecker und danach... Mmh. Boah. Zunge, Lippen, Hals, alles belegt. Komm, weil die so lecker sind... Was machst du? Du hast ja auch nicht zweimal. Mit dem machst du jetzt vielleicht zweimal. Zu lecker, Alter. Hier ist schon zu kämpfen, ey. Boah, tut gut. So, nächste Runde. Wir haben mit brennender Zunge am Start. Go! Okay. Schwierig, Schluck. Bam! Ich bleibe bei der linken Speiseglocke. Ich nehme diese. Für euch die rechte. Drei, zwei, eins. Oh, nein! Ja! Chips. Du hast Nachos, Chili. Ich habe extrem scharfe Chips. Oh mein Gott. Boah. Riechen. Boah, schon nett. Boah. Oh mein Gott. Der ist ordentlich. Oh mein Gott. Deine sieht schärfer aus als meiner. Obwohl meiner schärfer ist. Okay. Bereit. Rein damit. Der ist aber sehr scharf, ey. Ist der scharf? Mhm. Boah. Ja, aber oh mein Gott. Schluss, ich war vorbelastet. Aber, der war heftig gewürzt. Aber deine sind voll hell aus. Trotzdem unnormal scharf. Aber auch lecker. Aber es geht noch nicht so wie in den Nudeln. Ne, Mann. Voll lecker. Die Soße hat alles gekillt, Mann. Boah. Das ist krass, das alles ist viel intensiver. Weil wir schon diese scharfen Chili-Nudeln leiden. Ja, Mann. Es wird einfach nur schärfer, Alter. Guck mal, einiger. Hey. Boah. Ich bin jetzt noch neuerisch, Leute. Deine ist auf den ersten Ding schärfer. Bei denen kommt das erst später. Oder sind deine schärfer? Hä? Hä? Sind sie echt schärfer gerade? Obwohl das kommt gerade ein bisschen. Ich glaube, das dauert einfach, bis das kommt. Kann auch sein. Weil wir jetzt diese Nudeln schon vorher gemacht haben. Ja, ich glaube auch. Und noch schöne Grüße an Leo. Und Lea. Bam. Wie habt ihr auf YouTube die Glocke aktiviert? Danke dafür. Uns auf Instagram gefolgt. Mahafit, Kelton Fiti uns beiden folgen. Und dort suchen wir dann pro Account jemanden aus, der unter dem neuesten Bild bei uns beiden Hashtag Glocke aktiv kommentiert hat und das neuste Bild geliked hat. Viel Glück, Leute. Aber man muss bis jetzt schon sagen, dass jetzt die dritte Runde losgeht. Und es ist schon heftig intensiv. Also das nimmt euch schon gut mit. Ja. Und jetzt wird es richtig scharf für einen. Mann ey. Dritte Runde. Und dann la go. Okay. Schluck, 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 schluck. Dann diese. Okay. Und. Drei, zwei, eins. Nein. Du hast die Medium. Was sollst du rum? Ich hab die Garmedium? Ich hab ganz scharf. Ah. Ich hab nur auf die Runde geguckt. Achso. Das steht bei mir. Das steht. Hier steht's Very Hot. Und bei dir Medium. Medium Hot. Ich muss das gar nicht. Ich guck nur auf die Roten. Ich darf das direkt schaffen. Ja du hast nur Jalapeno. Nimm jetzt beide die Roten oder die Grünen? Äh. Rot. Rot, ne. Wenn schon, wenn schon. Also du willst mir jetzt sagen, die sind Medium? Ja deine sind Medium. Meine sind. Boah. Das ist einfach schwarz. Ich bin nur ein anderes. Diese hier. Ey, warte mal. Warum ist die so breit? Deine ist Jalapeno. Die ist wie eine Paprika. Das sind auch rote Jalapenos. Ja. Es gibt rote und grüne. Achso. Es gibt nur rote. Mein Horizont wurde gerade erweitern. Ich hab hier Hardcore-Chilis, Alter. Aber das Ding ist, ne. Ich hab schon mal so einen abgebissen. Und das Ding, da waren so viele Kenntnisse. Ich hab mich umgebracht. Ja. Ich halte das nicht raus. Wir beißen nur unten. Nein, du musst alles. Nein. Wir beißen unten den Schwanz ab, hier. Hier so. Das reicht, Alter. Aromo. Wir haben noch ein bisschen. Aromo. Wir haben noch was vor uns, ne. Wir haben noch was vor. Ich will sterben. Und Leute, in welcher Folge habe ich schon mal alles abgebissen? Ich war dann wirklich nach einer Stunde. Ich glaub scharf. Erst nach einer Stunde drehen und das wird den Rahmen sprengen. Weil wir das Video heute noch hochladen. Ja. Ähm, okay. Bist du ready? Also bis hierhin so, ne? Ja. Zeig nur zuerst, weil das ist ein kleines. Selbstbewusster bist. Respekt. Boah. Munde runterschlucken. Schmeckt wie eine Paprika, gerade. Es geht, es geht. Aber, man muss doch sagen, Mediemann... Ey, die Nudeln waren schärfer. Ja, Mediemann. Du hast noch Jalapeño, Junge. Ich bin voller Arte, Alter. Das geht. Eigentlich diese Kerne hier. Alles abbeißen. Oder ich hab nicht die Kerne, Alter. Alles jetzt. Alles jetzt, alles. Komm. Okay, okay, go. Boah, da waren viele Kerne. Guck mal, wie viele drin ist. Und runter schlucken. Oh mein Gott. Runter schlucken. Ich hatte so Schiss, ne? Aber es ist Medium. Es ist ganz okay gewesen. Oh Mann. Und es ist ein Jalapeño. Keine Chili. Bei mir ist es ein bisschen härter. Oh, es kommt gerade so ein bisschen. Oh mein Gott. Ich hatte echt eine Probier gegenüber. Oh nein, Alter. Nein! Okay, mir geht's top, Alter. Also Chili und Jalapeño sind auf jeden Fall Welten. Huuuuh. Ja. Also das heißt nicht, dass die Dinger unbedingt todescharf sind. Ich hatte gedacht, diese Dinger hier. Oh, nächste Runde, nächste Runde. Schnell, schnell, schnell. Keine Ahnung, Mann. Nervt doch nicht. Leute. Wie reizt der ist. Der ist richtig am Abkacken hier. Vierte Runde. Boah, ich mach nie wieder, mach nie wieder Video mit was Schafen, Alter. Das ist so abzuhört, ne? Das reicht. Ich hab das letzte Mal schon bereut. Deswegen war ich so farauniert bei der Jalapeño sogar mal. Okay. Das ist das letzte Video, was irgendwas Scharfes drin ist. Einfach nur belasten, ne? Ja. Okay, wir haben hier zwei Soßen. Der, der den Löffel hat, kriegt die schärfere Soße. Go! Das wird von... Go! Oh nein! Ja, mach! Das ist gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr. Schau mal vom Abkrieg. Geht doch die scharfen. Du darfst nicht hören. 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 Man hört das. Was denn? Ach der ist das drin? Ja. Was denn? Löffel. Ja wohl. Langsam. Okay, okay. Weiter doch Löffel. Warte. Ey, warte. Hier liegt noch ein Löffel. Was ist das? Ich hab nur gesagt, da wo der Löffel drin ist, hat der Schafel. Ach so. Schnick, schnack, schnack. Du. Ey, ich hätte das auch gemacht. Sei ehrlich. Mach jetzt. Nein, ich hab doch langsam gemacht. Ich hab keine Ahnung. Den, 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 den. Den, 3 zu 1. Ja! Ja! Leute. Marvel bekommt diese. Wie heißt sie? Ich kann es nicht aussprechen. Erst mal hier das Bild. Das ist eine extrem scharfe. Das ist eine der schärfsten Soßen der Welt. Der Welt. Wisst ihr das? Da ist die Carolina Reaper drin. Das ist die schärfste Chili der Welt und da ist 50% davon drin. In der Soße, Alter. Und du ist die Chili-Soße Sriracha, die auch nicht geil ist, aber... Ey, das kann echt nicht mehr, ne? Aber ganz, ganz bisschen nur. Oh mein Gott, Junge. Das riecht... Boah! Alter! Ja! Richtiges Extrakt, Alter! Oh mein Gott! Boah, das ist schon krass. Wenn das auf deiner Zunge liegt... Das ist hart! Komm, nimm mich doch mal. Du kackst die eh in eine Stunde. Boah! Aber die riecht auch ziemlich... Oh! Ich hab jetzt mal ein bisschen mehr genommen. Wieso tue ich mir das eigentlich an? Ja, warum machen wir das, Alter? Ich will jetzt mal deine Reaktion sehen. Nimm mal zuerst. Verkraftbar oder kommt das jetzt noch? Oh mein Gott! Geht noch? Oh nein! Nein, nein, nein! Ey, was... Was hab ich hier gemacht? Ey, ich kann nicht mehr... Ey, ich komm ins Krankenhaus oder so, Alter. Ey, das... Ey, wie viel Skubel hat die? Weißt du das, Alter? Ey, ich trau mich gar nicht nur noch mehr zu schlucken, ne? Weil der Atem kühlt das... Hast du dich noch runtergeschluckt? Doch! Lass uns los, aber... Boah! Nimm, ey! Nimm alles jetzt, alles! Junge, lass es... Nimm jetzt! Wir müssen weitermachen, komm, wir sind das durchgekommen hier. Die letzte Runde jetzt? Genau, zwei Runden. Boah, zwei Runden? Wie lange dauert das, Alter? Ziehst du dich richtig, heute? Fünfte Runde, wir sehen uns! Runde Nummer 5 geht los! Okay! Bam! Okay! Welche nehm ich, Mann? Ich nehm die! Drei, zwei, eins! Jaaaa! Wow! Nein! Leute! Film das jetzt ab, damit es das wert war! Film es ab! Jetzt! Verdammt! Nein! Oh nein! Ich schmiere dich! Nein! Du machst das alles, wie das auch. Ich mach gar nix! Oh mein Gott! Die Steckdose! Das passt in die Steckdose rein! Digga ey, du... Alles ruiniert, Alter! Egal, wir machen weiter! Leute! Chili-Schokolade am Start hier! Und ich kicke ein Stück davon! Und Marvin aber mit seiner Lieblingssoße obendrauf! Für die Sauerei machst du noch mal einen extra Klecks drauf! Erstmal... Ich mach mal ein bisschen drauf! Hier... Ist okay! Reißt, ne? Na gut! Einmal dann! Ich bin jetzt gar nicht scharf! Ja komm! Ich hoffe, für dich ist es ordentlich gewünscht! Sehr bitter! Ekelhaft und scharf, Alter! Ja! Passt ja nicht mit Soße! Aber vielleicht stoppt der Schokoladengeschmack! Das ist scharfe! Das könnte wieder was Gutes für dich sein! Und komm durch ein bisschen! Du willst gar nicht, wenn dein Leben scharf ist! Nie wieder! Scharf, Alter! Das kann ich nicht mehr! Nächste Runde, nächste Runde! Letzte Runde! Geht mal mit dir! Das ist Ordnung mit dir, Alter! Ich mach einfach, komm! Ich hab mal, ich krieg jetzt auch mal ein Dickstil hier, Alter! Nein, Shit! Schnick, Schnack, Schnuck! Schick's ja dick in deiner Hand, ob du jetzt richtig abkackst oder nicht! Und... Drei, zwei, eins! Ja! Nein! Ja! Ja! Und zwar haben wir hier scharfe Nicknacks! Das gleiche Spiel wie eben! Ich krieg die Scharfen! Du musst noch extra scharfe Soße drauf machen! Ey, die Soße... Und jetzt kannst du sie auch mal spüren! Ich dachte, die Soße wird mich heute nicht abholen, aber... Ne, ne, ne! Dann probieren wir doch erstmal die scharfen hier! Oh, genüsslich, Alter! Ach! Geht ja voll klar, Alter! Aber hier, Bruder! Ey! Genießt es richtig! Schön eintunken hier! Ja! Ey, da ist schon was dran! Das reicht! Schön rein! Oh! Einer ist reingefallen sogar! Den nehm ich nicht jetzt! Warte, nein! Du nimmst jetzt den Nicknack, der hier drin war! Alter! Hier ist einer reingeflogen! Boah! Und den isst du! Alter, dann ernst! Den! Jaaa, Junge! Was ist falsch mit dir, Digga? Du isst ihn jetzt! Guck mal, das ist ein Klecks! Nimm jetzt! Nimm! Das wird Spaß! Und jetzt meinst du ernst, oder was? Ja! Leute, der ist komplett eingetrunken, ne? Ja! Die volle Härte willst du mir nochmal gönnen hier mit der Soße, ne? Komm! Alles oder nix! Und drunter schlucken! Ja, ja! Boah, ist die kräftig, Alter! Boah! Die ist auch eklig, ne? So Tabasco-mäßig! Boah, Mann, ey! Ah! Ja, die ist einfach nur eklig! Also so richtig stark! Penetrant! Ey! Ich hab so nen Abtoner auf Chili, Leute! Und nen Schaf! Ihr kann sich erstmal auch lange Zeit nicht mehr essen! Leute! Das war's mit der Folge, würde ich sagen! Checkt gerne unseren Merch-Shop ab! Erster Link in der Beschreibung gibt's geilen Würsch! Wie diesen hier! Schön kuscheligen! Warmen Merch! Der euch bei diesem kalten Wetter warm hält! Oder auch T-Shirts und sonst was! Popsockets! Was ihr wollt! Erster Link in der Beschreibung! Und Leute! Wenn ihr euch für Gaming interessiert! Checkt gerne unseren Kanal Brownies up! Dort kommen Take-List Games online! Auch in der Beschreibung verlinkt! Checkt das ab! Für tägliche Games! Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video! Peace!